Untertitelung des ZDF, 2020 Sieh dir nur mal die größten jüdischen Köpfe an. Marx, Freud, Einstein, was haben die uns gebracht? Denn Kommunismus, infantile Sexualität und die Atombombe. Eins frage ich mich, wie kannst du das alles glauben, wenn du doch selbst Jude bist? Du bist nicht wie die anderen. Ich will, dass du mir das beibringst. Wozu? Kenne deinen Feind. Wollen Sie den wahren Grund wissen, warum wir sie hassen? Weil sie existieren. Und wirklich, alle Gründe, die wir brauchen, stecken in einem Wort. Jude. Jude. Selbst wenn man dieses Wort Millionen Mal sagt, verliert es nie seine Bedeutung. Wie kannst du nur sowas tragen? Weißt du überhaupt, was das für dein Volk bedeutet? Das ist nicht mein Volk. Verdammt, schlag mich, schlag mich, bitte! Bist du vollkommen verrückt geworden? Freust du dich? Willst du wirklich Juden töten? Willst du mich töten? Juhu! Yeah, 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 yeah. Weil wir das auserwählte Volk sind, nicht wahr, Daniel?